Hier, wenn Mittag, die Sonne steht, so ab 12, 1 Uhr würde ich mal sagen, kann, wenn die Kinder, wenn sie schlafen, kann man sich dann auch schön ein bisschen hierher setzen dann und kann auf die Kinder aufpassen. Man hat hier den schönen Pool, den Blick auf den Sonnenstrand und sieht das ganze Hotel. Das ganze Hotel hat 1800 Betten, es ist schon ziemlich groß, wenn es im Sommer voll ist, ist hier bestimmt Jubel, Trubel, Heiterkeit.